So aussehen, als wären sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lass euch alle. Mein Mann wäre einem Kekkerlnring geschenkt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 mit dem Pareto. Sag was, Marcel? Ja, 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 oh, 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 oh. Der Alex ist auch mit dabei. Hat er gerade schon gehört? Ja, ich hab dir voll reingequatscht, tut mir leid. Ja, egal. Reise beginnt in 1, okay, es geht gleich weiter. Ja, wir reisen jetzt. Gott. Oh, ich bin so aufgeregt. Klatsch, klatsch. Schau mal, gucken, ob ich das noch lege. Ja, da war noch kein Alter. Ja, das wird jetzt gleich wieder angebucht. Ach so. So, da unten sind Dinger, da unten sind Viecher. Hat er noch von uns gerade oder wie? Ja, du hast es eben gesagt. Ja, wohl. Ich bin runtergesprungen, ne? Ja. Wenn ihr eure Hilfe gut geworben könnt. Wow. Das ist ja eine Erfahrung fürs Nichts-Zone-Bekommen, das ist schon mal geil. Ja, aber ich hier... Ich campfe hier rum, weißt du, und ihr, ihr lasst es euch nicht gehen. Ah, das ist mal ein Bierchen trinken, was? Ja, na ja. Boah, die Beziehung vom Revolver ist ja echt begrenzt, ey. Ja, die haben alle relativ komische Werte. Nichts, Captain Flint, findet diesen Kammerjäger und bringt ihn zu mir, sofort! Captain Flint. Dein Ernst, ey. Weiß auch nicht warum, aber bei Kammerjäger muss ich immer dran denken, dass wir hier so Kakerlaken vernichten. Ja, ja. Ich weiß nicht. Komm, es gibt einen Bug, ihr könnt hier rüberspringen. Ja, da drüben sind, äh, die Bewohner der Stadt, äh, äh, es laggt. Ich wurde einfach mal 20 Meter zurückgeportet gerade. Boom, boom. Ich läuft. Achtung, Marauder. Ich weiß nicht, wo dran du schlägst. Schlackig. Bam. Ich fliege so hin und her, ne? Das ist schlimm. Aber mir leckst du gar nicht. Ich fliege einfach nur 5 Meter zurück, da kommt noch mehr auf der anderen Seite. Jawohl. Leck der bei dir? Ich brauche ja gut leben, ja überhaupt nicht. Ich fliege so rum, ich bin voll nervig. Du leckst bei mir. Ich weiß nicht warum, aber... Leckst du wahrscheinlich an mir, aber bei Teamspeak lecke ich so richtig aus. Boah. Boom. Was soll das? Hey, hey, da stehen wir in Freundchen. So. Verdammt. Ja. Ja, kommt noch mehr. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. Du Arsch. Oh, ich bin hier rumstöhnt. Ja, jetzt müssen wir... Er wimst sich ein. Ja, ich denke, ich stehe jetzt da. Hammerlocked. Ja, boah. Die Namen, die Namen hat er hier echt Bombe. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Oh, elektrischer Zaun. Bleib bitte zurück, Kammerjäger. Lass Claptrap zuerst gehen. Oh nein. Gar nichts Schleppes. Wir beide sind die zwei Ärzten in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Gehülle. Ich hab's gar nicht. Zur Zeigung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Jawohl. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin der Kammer. Der hat einen coolen Schnurrgott. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Manor setzte mich auf diesen Gletscher fest. Danke übrigens, dass... Bei mir hat er sich einfach mal rumgeportet eben. Das ist also eine direkte Konfrontation mit Jack and Verlieb. Warum lagge ich so? Ist das was am Hochladen? Nein, ich mach gar nichts. Im TeamSpeak ist alles in Ordnung. Wenn du mir jetzt bitte das Roboter-Auge geben würdest... Alter, das ist doch nicht normal. Ihr kriegst ein Auge. Ich... Ey, Leute. Ich weiß nicht, seht ihr das? Guckt mich mal an. Guckt mal. Ganz, ganz leicht sehe ich es. Jetzt, jetzt, jetzt fliege ich jetzt wieder los. Jetzt fliege ich wieder hin und her. Ich fliege die ganze Zeit zurück. Ab was? Das war's auch schon. Und jetzt geht er einem noch mehr auf den Sack. Nein. Vielleicht hört man mit der Schieße. Er hat bei mir dreimal Untertan gesagt jetzt. Super. Ich stehe direkt hier. Jetzt, wo Leia-Hurr sicher ist, den Hauptstrom wieder anschalten. Ja, ich hör die auch. Vielleicht dachte ich hör mich dann auch da. Untertan, Untertan, Untertan! Untertan, Untertan, Untertan! Der Hemmerler hat grad ernsthaft gesagt Keule. Ja. Der ist nicht mehr ganz so frisch im Kopf drin. Weiß nicht wieso. Kann man hier irgendwo rumglitschen? Ach nein, verdammt. Ja, ich glitsch die ganze Zeit rum. Hä? Ich stand eben noch bei dem Bagger. Jetzt stand ich grad wieder bei der Tür. Okay, so. Glitschen ist schon was anderes. Ja, ich weiß. Glitschen. Ja, ich hab's jetzt abgegeben. Wir müssen Tab drücken. Dann seht ihr die ganzen Dingens. Ja, ich hab's jetzt abgegeben. Dann seht ihr die ganzen Dingens. Okay. Warte mal, sind wir Level 3? Äh, dürfen wir nicht unseren Skill-Prompt oder so bist? Nein, wir sind Level 5. Ach so. Hör mir doch mal zu... Ach, schau, das ist cool. Ähm. Jetzt bin ich so auf dem Lauf. Ähm. Nimm Claptrap, säubere den Friedhof, säubere den Tal hier. Die Stadt ist nicht groß genug. Lass uns mal machen. Alles klar. Ich lag zwar... Ich lag wahrscheinlich eh nur durch die Gegend, aber ich kann euch wenigstens zeigen, wo es ist. Also... Jetzt gerade lagst du gar nicht mehr bei mir. Oh mein Gott! Hulibung! Au. Damn. Wer von uns hat grad so komisch gelacht? Habt ihr das Lachen auch gehört? Jetzt wird ihr da auch nicht. Hör, wir haben jetzt alle Schilde bekommen, ne? Nee. Gar nicht. Alex nicht. Alex hat kein Schild bekommen. Ach ja. Einfach weil Alex scheiße ist. Die Null wird man wieder benachteiligt. Dafür hattest du am Anfang volles Leben, ja? Gar nicht. Doch. Du hattest am Anfang 100%. Hat er bei mir zumindest angezeigt. Echt? Ja. Ey, guck mal hier so ein kleiner Mongo, ey. So. Gut. Es wäre natürlich auch viel schöner, wenn irgendwer in Leersburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem. Gut gemacht. Oh, danke. Er ist so freudig, diese Hemmerlocke. Ja, Mann. Ist voll die Keule. Da unten sind jetzt die Nächsten. Ah, Reiner! Welche war's! Komm her, meine Freundin. Gute Gegner schießen. Das hat's schon in mir gekauft. Ich bin so froh. Bald hab ich nur noch ein Leiter. Ich drück V, also ich mach Nahkampf auf diese Dinger. Und ne halbe Stunde später sterben sie alle. Woll, wir haben die Quests fertig, ey. Wie ewig. Oh, ich hau gegen Nico. So. 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 Jetzt müssen wir, glaub ich, so Vlogs finden. Hab der Knacker bekommen. Oh, ne, geschilderte. Beste Handlage an alle Zeiten. Du hast die Haare schön. Du hast die Haare schön. Ach wohl. Also, wir müssen Bullymong Haare finden. Wir müssen... Ah, genau. Ich weiß, wo wir hin müssen. Alles klar. Folget mir, Fußvolk. Mir steht jetzt benutztet den Aufzug. Ja, genau. Warte. Wir müssen hier nämlich das Tor aufmachen. Ne, alles gut. Ich hab das Tor schon aufgemacht. Komm. Schon. Jetzt links ist ein Berg. Da oben das Haus. Da müssen wir hoch und ein Schild kaufen. Alles klar. Auf jetz. Da war ein Fernrohr. Verdammt. Ich hab Angst. Geht ihr vor. Ich hab Angst. Aus jeder Höhe springen. Ja. Das ist das Coole. Macht voll Laune. Teilweise. Ey, wie scheiße hier. Alter. Boom. Oh, mein Schild ist kaputt. Habt ihr eigentlich schon so geile Waffen? Ich hab die Schotty mir einfach am Anfang geteilt. Ich hab gerade von der Posta hinbekommen. Alter. Es lagged. Bei mir stand gerade ein Gegner auf einmal vor mir. Ja. Ich hab ihn schon getötet. Wenn du jemanden tötest, wirst du wiederbelebt. Achso. Ähm. Also du hast noch so letzte Kraft. Ah. Letzte Kraft. Aber es laggt einfach so. Ich kann nix machen. Folge ist ja nicht mehr lange. Ich hab versucht sich öfter mal in Sachen zu integrieren. Hey, hier ist der Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ach, nur lebt. Ja. Wir müssen hier drüben hin. Da wo die sind. Findet die Sicherung. Hier unten. Uh. Oben rechts ist eine Karte. Ich hab mir sogar was angezeigt. Hab ich jetzt gerade gesehen. Oh, die ist ja so klein. Die sieht man ja gar nicht aus. Ja, man muss da. Renn einfach drauf. Vielleicht ist ein bisschen größer so. Was ist mit dir? Wie gesagt, ich weiß nicht warum sie lag. Oh, ihr Trottel. Wer hat auf das Fass geschossen? Wer hat auf das Fass geschossen? Wer hat auf das Fass geschossen? Ich hab da. Wieso rettest du mich nicht? Hallo. Ich drück doch eh. Du hast gedrückt halten. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht gerettet werden. Lass mich. Nein. Nein. Lass mich sterben wie ein Mann. Ach, schade. Das da oben ist ja. So. Ja warte, wir müssen das Ding da. Das kaputtschießen. Da hinten ist das. Keine Munition. Ja warte, hier ist ne Toilette. In Klos sind immer so besondere Sachen. Das könnt ihr euch mal angucken jetzt. In der Toilette. In der Toilette. Welcome to Borderlands. Oh. Moin Schuss. Oh, da sind schon wieder Gegners. Da oben ist einer. Egal. Ich muss einfach mal. Ach was. Schwirr mal. Die Frau hängt wieder hinterher wie immer. Duuut. 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 Ja, da kriegst du oben gleich. Kommt ihr zum Aufzug? Ich mein nur Echelo, wenn ich nur Munition hab. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Oh. Hey, hoch da. Jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe ein Schild. Da bin ich. Naja, aber ich würde als Uro-Roboter auch versuchen mich in so einen Fahrstuhl zu integrieren. Und bist du ein bisschen drauf gekommen? Das ist ja scheiße. Ja. So einfach hörst du mich nicht los. Oh. Du hörst schon auf Medikets. Mach mal jemand das Radio aus, bitte. Das ist ja grausam, ey. Wer hört denn sowas? So. So. Tür auf. Wer von euch kauft das Schild? Ja gut, dann mach ich das halt. Ich hab's. Angebot des Tages. Geh weg da. Geld. Was hab ich denn so? Ich hab mir noch ein Schild rumliegt. Afford Medis. Schilde. Gut. Gehre jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterkommen. So. Geschildete. Ne. Beschildete. Beschildete. Was? Beschildete Gefälligkeiten. Hab ich meine Shotgun jetzt aus? Oh. Ich hab noch ne. So. Ich bin aufs Leid. Ich hab ne coole Wache noch. Ah, ne Stummgewehr. So. Äh. Was? Warum benutzen wir eigentlich den Fahrstuhl? Ich bringe. Ich bringe auch. Ich bringe auch mein eigenes Ding. Wo? War du da? In dem Boot ist was. Nein, ich bin zuerst. Nein. Ah, wie ist noch Zeit? Keins darf. Bin einfach zu langsam. Du bist eine Zahl. Du bist ne Null. Ja, aber mit der Null fängt's an. Ja. Ja gut. Ey, das ist... Ja, ich mein hab ich gesagt, dass... Ja gut, das habe ich aber. Achso, wollt ihr die jetzt alle noch ummetzeln oder was? Oh no. Ich quitt den. Ich brauch das nicht. Alter, das Gewehr rastet richtig aus. Jeden haben bestimmt Munition. Es gibt auch... Es... Das witzigste sind einfach nur an Level 4. Was? Das... Das lustigste sind einfach nur, es gibt nachher auch Waffen, die reden mit dir. Wenn du ranzoomst und was du machen musst. Hey. Hier liegt irgendwas rum. Ein Echo Recorder. Wohl. Wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Ähm, wo seid ihr? Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt. Wir müssen nur... Ähm, müssen nur aufheben. Oh verdammt! Alle weg von den Fenstern! Achso. Alle weg von den Fenstern. Habt ihr die alte gesehen? Naja. So. Videologs. Wir müssen jetzt diese Vlogs... Ja, diese Videologs... Dann gehen wir doch zum Handy. Ne, da hinten ist... Da oben auf dem Dach ist eine Videolog. Ernsthaft, Alter. Ne, gar nicht. Warte. Ich glaub, ich glaub, äh... Hast du jetzt nicht verstanden? Ich hab's nicht akustisch verstanden. Alter. Ich hab's akustisch nicht verstanden, weil er grad gelauert hat. Ey! Du könntest diesen Zweck erfüllen, wenn du dir das besorgen könntest. Um an das Fell eines Bulli-Mongs zu kommen, musst du es hier... Du hast einen Händlerkreisern. Schwäche einen Bulli-Mong mit Schüssen, dann gib ihm mit den Fäusten... Warte, 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 wo müssen wir hin? Ach, da oben. Findest du das Audio, oder? So. Da unten ist eins. Da vorne. Hier. Hinter der Wand in so'n Ding. Ne, ja. Mach auf. Wissenschaftschust du die geradeaus. Hast du's? Äh, ach hier unten. Hey, mach kaputt. So. Ein Rüchen zusammen, wie geht's denn so? Ganz gut, das ist ja, oder? China bewegt sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch ihr Name? Pierce. Also Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und dich ansehen, meine Hübschen. Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Ohohohoho, was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Warte, hier oben, hier oben ist das Zweite. Also, ich mach Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lass euch alle... Mein Mann hat mir einen Keckperlenring geschenkt. Die Perle hat Hunger verursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzählen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem Jahr das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Krassel Soundbox. Hohohohohohoho die Sch wilde, ne? Das ist echt so klar! Oh, man. hit! Wow, Hitler! ihr Gesicht gesehnt? Ah, wunderschöne. Gut, ich würd sagen, wir geben noch kurz das Quest ab und dann machen wir erstmal wieder einen Gatt. Ja, will ich sagen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier verschiedene Pistolen. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Warte, warte, die Waffe, die wird noch kurz abgekippt. Oh ne, das war meine Waffe. Die kann auch handeln. Krieg ich meine Waffe wieder? Achso. Die wollte ich abgegeben. Ähm, meinst du die? Huch, nein, 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 das ist meine Shotgun. Nein, 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 gib mir meine Shotgun wieder. Gib mir meine Shotgun. So. Ich hab die gar nicht. So, egal, machen wir beim nächsten Mal. Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein, Leute. Ciao. Bis dann. Tschüss. So Leute, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Links findet ihr mein letztes. Das ist auch noch nicht frei. Ich würde mich über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. schip Glock B